Wir haben gedacht, zu früh ist noch gar keiner aufgestanden, aber wie man sehen kann, doch. Ja, und schon geht's los mit einer Melodie, die ihr hin und wieder schon mal gehört habt, vor allen Dingen bei Radio SAW, auf den Fahrradfesten, wo ich ja schon den ein oder anderen mal gesehen habe, mit der Kamera, du warst letztens gerade da. Okay. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Wir waren neu auf dem Weg nach Böck, wir fuhren alle mit dem Rad auf Luft mit ein bisschen Öl. Ja, wie es damals war, das weiß ich noch genau. Ich hab geschwitzt wie eine Sau, mein Hintern war was grün und blau und wer mir den Rest gab, Na Mensch, das war deine Frau. Eieieiei. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Ja, so eine Fahrradtour, wie kann ich euch empfehlen. Da tut es doch Idioten jedem, die sich in Urlaub quälen. Er hat den Weg verfehlt, ist mächtig in den Kraft. Bedauernswert lag er im Dreck begraben und er in den Gefäck im Hinterrad hat er eine Aachen. Na und, da haben wir eine Neue draus gemacht. Oh. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Die Mädchen haben mich bestaunt, es war dann auch mein Tod. Nach drei Tagen schon, da war das Ziel erreicht. Man konnte erst den Möwen sehen, die Medaille gingen leicht. Drei Tage waren das nur? Ja, ja. Mir kam es vor wie ein Jahr. Und wie ich so am Grübeln war, mein Blick war auch nicht mehr ganz klar. Da hab ich nicht mal gemerkt, wie ich ins Wasser fahr. Da fuhr ich doch immer das ganze Junge und das Pippe an die Ostsee. Hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Oh ja.